Das schauen wir noch, dann gehen wir rein. Richtig viel jetzt nachgeschworen, ey, doch sein, danke. Hey, hey. Ich hab mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, packt eure Facecam hier unten rechts hin. Oh, der da immer mit dieser scheiß Facecam. Die Facecam da unten richtig. Ich hab alles gegeben, dass mein Schwanz hat. Halt die Fresse. Basti, bitte mach einfach alles wie immer. Und Danny, dein Kork ist enorm. Warte, Fottmann. Wenn ihr mehr Clips ticken wollt, macht das über meinen Community-Discord, links unten in der Beschreibung. Oder immer mal in Twitter, Und ja, enjoy. Schwanz. Ich glaub, ich bin Fan von Schwanz und ich hab's jetzt gerade erst bemerkt. Welches Bundesland hat da nur so Kurzferien? VPNs Twitch-Intro ist zu wild. Saarland, imagine. Das ist kurz die einwöchige Ich fick meine Schwesterwoche und dann geht's wieder zur Schule, oder wie? So, jetzt kommt die Kurve. Ohne, ohne Hand, ohne Hand diesmal. Nein, Bro. Wenn da kein Auto kommt. Ohne Hand, ohne Hand. Warte. Jetzt. Chilliger Stream, Bro. Kann ich mal direkt rein? Nee. Der kommt nicht direkt. Wenn er das schafft, dann ist er wirklich der Klassiker. Ja, moin, was? Was? Let's go! Holy shit, man. Jetzt über Mitte. Daher noch ein Bumms, alles. Watch me do it, watch me do it, watch me do it. Hola. Schau mir, man. Oh, was ist hier, man? Oh, ich smoke ein Pound. Fick meinen Arsch. Oh, fuck, Alter. Junge, der hat auch wirklich, also da sind ja sämtliche Körperöffnungen, sind bei dem ja am Arbeiten. Der Bro ist ja komplett, der ist ja wohl, also der hat's ja wohl, also der ist ja, der ist ja, der hat's ja wohl. Dann kommt jetzt die Magie. Normalerweise würde so ein Shot ja in jeder anderen Software ewig lang rendern und schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Capture Movie. Hallo? Deswegen werde ich aber... Alter. Dachs. Zabax, fucking du. Held. Tunamen. Nochmal zwei weitere Beacons. Oh, Bacon. Nein! Was ist denn das hier? Oh, was ist das? Heilung? This is a fucking joke. Fuck, fuck. Was ist daran so lustig, was ist daran so lustig, wieso finde ich das witzig? Alright, go on. Ich bin hinterm Schloss, gell. Ich kann das hier nicht sagen, ey, wenn ich einmal hier die Location share, wo ich bin, dann ist hier ein Auflauf wie bei Monte im Backofen. Digga, Sydney musste mit dem Olivenöl, womit der ständig am Wichsen ist, erstmal meinen Kopf eincremen, damit ich das da rausbekomme. Ja, das war so. Aber es war sehr lustig, wir haben gestern ein paar Mädels angelabert, nur mal ging komplett nach hinten los. Wir haben dann auch ein paar hässliche... Morgen, ich sag euch so, wie es ist, wenn ihr Bock habt. Sag mal ganz kurz das Ding her. Hau ab! Hä, was ist denn jetzt los? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Warte, wollt ihr mal meine Rückwärtsrolle sehen? Fassen wir uns auf. Die Wodaflöcke. Hey Digga, du chillst einfach so hart, man. Ich feier's. Ich fühl's komplett, wie du chillst. Ich chill schon seit zwei Stunden Wasser, aber hier wiege ich nichts. Der sagt, ich chill zwei Stunden Wasser, weil hier wiege ich nichts. Der saß wirklich. Digga, ich seh einfach mehr Clips aus dem Urlaub als meine eigene Mutter. Ja Bro, das liegt daran, dass du im Kinderheim bist, mein Man. Da war ich übrigens komplett raus. Dann lag ich da hinten nur, ich war komplett gone. Ja, wieder mal, take a good step. You, you can't take a good step. Chill dich, Mann, danke. Guckt euch mal, Junge, was ist das für ein Scheißbild? Ich, ich da links, äh, in der Mitte, Kevin und rechts, Veni, Alter, mit zehn Bierintos, zwei davon geäxt. Veni ist komplett besoffen, auf einen Müllcontainer draufgesprungen, hat sich drei Rippen gebrochen. Let's go. Und sitzt da jetzt in der Shisha-Bar mit einem, naja, da hat sich da so ein Dönerbox geholt oder so. Das ist so random. Ach man, ich kann diesen Clip nicht mehr sehen. Glorie, Glorie, Krone des Vaterlands, gebieterisches Licht, das Gold in deiner Farbe ist. Pur, pur und Gold, unsterbliche Fahne. Was? In deinen Farben sind Fleisch und Seele eins. Fock, Mann. Fock, Mann. Fock, Mann. Fock, Mann.